Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wie Elias und wünsche euch ein weiteres Video für euch. Und zwar habe ich heute mal wieder eine sehr coole Mod für euch am Start und ihr wisst ja, ich lade nur Mods hoch, wenn ich eben denke, dass die wirklich extrem geil sind anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall so eine Mod, also schaut das Video auf jeden Fall auch an, falls ihr GTA 5 nicht auf dem PC haben solltet, das wird sich auf jeden Fall lohnen, weil das wie schon gesagt eine wirklich sehr geile Mod ist. Mir wurde das Ganze von einem Abonnenten zugeschickt, also die Mod, und der hat mich eben gefragt, ob ich dazu mal ein Video machen kann, da er selber GTA 5 nicht auf den PC hat und deswegen mache ich das Ganze eben, weil es wirklich sehr geil ist. Ihr könnt es im Titel schon lesen, es ist praktisch schon eine kleine Militärinsel, also eine Insel mitten auf dem Wasser, das Ganze wurde mit einem Map-Editor eben erstellt, deswegen ist es natürlich nicht das Beste, was man jetzt so sehen kann, wie schon gesagt, es wurde von einem Mod erstellt, aber dafür, dass es eben von einem Mod kommt, sieht das Ganze auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ich werde während dem Video meine Fresse halten, also nichts kommentieren oder sowas, aus dem einfachen Grund, weil ich euch nicht spoilern möchte oder sowas, ihr solltet das Ganze einfach am besten selber anschauen, ich werde ein bisschen Musik laufen lassen, falls ihr GTA 5 selber auf dem PC haben solltet, könnt ihr euch diese Mod natürlich runterladen. Ist ein bisschen schwer, das Ganze zu installieren, aber falls man gut lesen könnte oder sollte, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Übrigens, falls euch das Lied gefällt, das ihr gleich hören werdet, dann checkt auf jeden Fall Ridlory ab, von ihm ist das Lied und das ist mein absoluter Lieblingsrapper, er bringt nächste Woche ein neues Album raus, also checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal und so weiter ab, falls ihr eben mehr von ihm hören möchtet. Falls euch diese Mod gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare, falls ihr eben mehr sehen wollt, dann weiß ich das Ganze, die Map-Erweiterung ist jetzt natürlich nicht ganz so groß, aber ich bin mir ziemlich sicher, in naher Zukunft werden noch viel krassere kommen und davon werde ich dann vielleicht auch ein Video machen, falls euch das Ganze eben gefallen sollte, dann wird es hier auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017